Moin. Moin, Moin. Moin, Moin. Moin, Moin, Matrose. Ich nehm den Mann hier an der Kamera. Wie man sieht, da ist natürlich die Kameraführung gleich schon viel besser. Lüge. Da ist er. Oh scheiße, das ist Polizei. Für real? Ja, also die Cops wurden anscheinend informiert. Aber wir sagen, wir haben eine mündlich erteilte Drehgenehmigung. So wie mit ihrer Mutter gestern Abend, Herr Officer. Motherfucker. Hui, da gucken wir auf zwei Leute und da steht der Polizist so armbar. Jo, Gustav Tögering. Sie sind mit Zigarren am Schadern im Ede-Restaurant. Und ja, wir lassen uns hier richtig gut gehen. Haben wir das nächste aufgefahren, gleich zu unserem Steak. Video-Dreh zum Böser Junge heute. Total nah. Wir haben hier einen Burger mit feinstem argentinischem Windsteak gegönnt. Ja. Video-Dreh immer noch. Also, lasst erst mal nach der Laune schmerzen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wir dreiten jetzt North ins Industriegebiet. Ein paar Geschäfte nebenbei noch abwickeln. Okay, oh, Glück aufs Gas. Alter, der ist so heiß, der scheiß Motor. Okay, du musst linke Pedale durchdrücken, Kupplung, drück durch, genau, und jetzt kannst du Motor starten, ganz rechts durchdrehen. Ja, easy, jetzt. Genau, so, jetzt, Lenkrad, ja, fix das, jetzt kannst du einfach Kupplung kommen lassen, langsam, langsam, langsam. Jetzt kannst du komplett loslassen, Kupplung. Okay. Jetzt musst du gar nichts mehr machen. Wenn du Gas, dann drück ganz rechts auf die Pedale, drück ein bisschen rauf. Ja, ah. Böser Junge, Böser Junge, ich bin ein Böser Junge, Böser Junge.